Geschwindigkeit, das hätte viel schönes, das hätte echt viel schönes, könnte man mal auch nennen, es hätte Geschwindigkeit erreichen, könnte man auch wahnsinnige Geschwindigkeit erreichen, ich muss noch einen Kamm kaufen, äh, gut, bloß nicht, völlig falsches Spiel, so, Hallo, kriege ich nicht irgendwann mal so, Schrott, gut, dass ein Schrott kaufen, äh, verkaufen hat, ich weiß nicht, was ich sagen will, ist heute nicht so mein, was zur Hölle habe ich denn die alle hier, bitte, Hals, Ach so, ja, schön, dass du mir auch mal langsam sagst, dass ich Erfolg hatte, so, wo würde ich denn jetzt gerne hingehen, wie wäre es denn mit, B6, habe ich was in B6, habe ich 6, ich hätte C6, Das ist doch wieder nix Das bringt halt kein Geld, aber es wäre ein C6, was ist ein C6, das wäre hier gleich um die Ecke, nehmen wir das mal an Naja, was willst du mir nicht zu, oder, das ist eine falsche Richtung, ach, kann diesen Startvorgang ja nicht verspringen Ist das überhaupt ein Fisch oder sowas, ich fliege einen gigantischen Fisch Naja, das ist doch kein Schwein, ich fliege einen hässlichen Fisch, oder Können das Flossen da hinten sein Ich kann es mir jetzt gerade nicht näher anschauen Genau genommen führt mich das eher weiter weg Also von der Reiseroute Ich hätte den Auftrag vielleicht doch nicht annehmen sollen, ich habe heute nicht so viel Zeit zum Aufnehmen, kann man auch mal so einen beschissenen Auftrag machen Wenn ich mit ihnen fertig bin, bleiben nur Fetzen übrig Ach mal wieder Fetzen Die Party fetzt aber Wir feiern bis die Fetzen fliegen Oh ja Ich soll da aufhören mit Witzen Soll das Aufhören betreten, dann würde deine Witze viel besser sein So Guck, ist da der nächste Schreis Der nächste Schreis So Aber warum braucht ihr so lange zum Herkommen? Muss ich wieder mal eine gute Nachbarn in der Düse einheizen Kennt ihr, wenn hinten eure Düse heizt? Äh, was? Moment, was? Äh, was? Was war das jetzt schon wieder? Und warum läuft es nicht flüssig? Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Aber das ist ja immer so Und ich muss sagen, es sieht kein Stück besser aus als vorher Ein Hoch auf die Halt des Patch-Mods und so Aber es läuft nicht mehr flüssig Sehr gut Ach, komm Ich hätte den Auftrag nicht annehmen sollen Okay, ich werde dann demnächst, glaube ich, wieder ohne Patches spielen Ich weiß es nicht Hey, du hast einfach an mir Der hat sie nicht mal beschießen lassen Habt ihr es gesehen? Geht da Ist das überhaupt so erlaubt, dass die vorbeifliegen dürfen, ohne dass ich sie beschieße? Ich glaube nicht Nee, ich glaube, das ist so Also rein rechtlich gesehen nicht in Ordnung Das verstößt, glaube ich, auch gegen die Menschenrechte oder so Oder so Naja Dafür muss er sterben Hätte er sich töten lassen, während er an mir vorbeigeflogen ist Dann hätte ich ihn nicht getötet eben Aber so muss er halt sterben Hallo, kommst du mal? Ach Kannst deinen Penis vielleicht halten Hört zwar schon auf Ich fliege gerade in die völlig falsche Richtung Sehr gut Ist immer gut, wenn man in die völlig falsche Richtung fliegt Weil wenn man in die richtige Richtung fliegt Dann erreicht man ja praktisch sofort An seinen Zielen Dann Ich muss Schutz Warum habe ich so viele Schutzschild-Batterien auf einmal? Die haben hier immer extra viele dabei Bin ich immer noch? Ach nee, ich hatte nur Irgendwie so gemacht Okay Gut Fliegen wir mal nach New London Frage ist Kann ich jetzt ins Liberty-System zurückfliegen? Das würde mich auch mal interessieren Wie viel Kohle brauche ich denn noch bis zur nächsten Stufe? Stufe 10 kann ich die nächsten Waffen kaufen Das heißt, ich werde wahrscheinlich nach Stufe 9 Also bei Stufe 10 dann Oder Entweder für Stufe 10 Oder Sobald ich Stufe 10 habe Den Dingsbums bekommen Den Einsatz Wieder ein Einsatz Dass ich irgendwo hinfliegen soll So Egal Wir fliegen einfach weiter So Ich denke nicht Nein Nein Ich denke nicht Ich denke nicht, dass das passieren würde Was passiert überhaupt Wenn man Schmuggel-Warte dabei hatte? Ich hatte nicht Schmuggel- Kann man Schmuggel-Warte überhaupt irgendwo kaufen? Ich weiß gerade gar nicht Ich weiß nicht Diese Basis vielleicht Das ist mein Wegpunkt Scheinbar Nein, nein Das ist nicht dein Wegpunkt Das sieht nur so aus Das ist in Wirklichkeit ein Planet Ii, hey Angeblich soll der Effekt hier auch anders sein Mal gucken Wahrscheinlich urst hässlich Der Effekt ist überhaupt nicht anders Das mache ich falsch Ich habe es doch extra über den Botman schon alles gestartet Aber Äh Ja, was ist denn das hier? Battleship Essex Das ist schon ein tolles System Das ist echt ein tolles System Hat sich gelohnt Das ist ein tolles System Ich kann nicht hier direkt nach Leads ist Das ist nach New London Warum ist diese Foto hier so lila Keine Ahnung Wir landen erst mal Landen Klasse 7 Klasse 7 Klasse 7 kann ich nicht mal mein Schiff stopfen Hier sind Waffen die ich nicht mal mein Schiff stopfen kann Stufe 5 Hier habe ich Stufe 3 Waffen die besser sind Das ist mich verarschen Ja Schon so ein bisschen Lass mich raten Hier kann ich Gold Das ist ein Goldgräfer Ach, leg mich Ihr spinnt wohl So News Gibt es irgendwas Neues Hier gibt es ja gar nichts Ich würde glaube ich gerne in dieses Astridfeld fliegen Das wäre so Richtung 3E 5F 5D 5F Ah, das wäre hier unten Ne, aber 3F klang doch schon mal gut 3F klang gut Hab hier noch irgendjemand was interessantes zu sagen Du da vielleicht 3D Gibt gut Kohle, komm Und ich komme wunderbar durch dieses Minenfeld Wo wahrscheinlich irgendwo ein Dingsbums sein müsste Ein Dingensbumsen Ihr wisst schon, dieses dunkle Loch zum Also dieses schwarze Loch da zum durchfliegen Ihr wisst was ich meine So 31.000 Oh Gott Ja, naja, ganz toll Ähm Ah, jetzt ist es Leeds New London Leeds Ettingberg Dublin Jumphole Da ist es doch Das ist Dublin Ja, irgendwo Irgendwo muss es hier ein schwarzes Loch geben Oh, ich hab's schon gefunden Wow Ne, das ist New London Moment, es gibt noch New London Auch ein schwarzes Loch Offensichtlich Hm, okay Dann, okay Die liegen zwei Meter voneinander entfernt Ich muss euch beide durchfliegen Sonst zählen die nicht in meiner tollen Statistik Die mir Oder? Zählen die dazu? Ne, ich hab schon mehr als vier gefunden Äh Was auch immer Das ist nicht viel spielrelevant Doch, ist es Nein Ich könnte ja durch alle Stationen noch fliegen Wenn ich's durch hab Durch alle Stationen Durch alle Ach, leck mich Hört mir zu Ich weiß nicht, was ich sage So Aber hey Wegstes weicht das Spiel schon mal So Dingens aus, ne Naja Den größeren zumindest Da ist er ja noch Ein Schuttfeld Der Frack, der Hood Hm Äh, der Hood Gibt's hier ein Schiff oder was? Hallo, ich hab auch umgeschaltet Ne, hab ich nicht Gut, der Punkt geht an euch Das sind ja auch nur Stufe 6 Pfeifen Das läuft einfach nicht flüssig Das ist nicht schön Das ist nicht schön anzusehen Es ist nicht schön Ich sollte das mal fixen Irgendwie Vor allem, weil ich nicht weiß, wie Warum Mein Rechner ist zu alt Für dieses Spiel Oh, ich hab vergessen die zu verkaufen Naja Da füllen sie wenigstens mal einen Zweck Braucht ihr ja sonst die Ich lass denen hier Gerade nur ein bisschen so einen Vorsprung Von denen ich sie dann runter schubse Von dem Vorsprung Und sie sterben dann Ja, ist voll lustig Ist voll lustig hier Geh nach Hause Weiß ich, was ich zu dem Spiel sagen soll Das lässt sich einfach nicht Let's play Passiert hier einfach nichts Dass man kommentieren könnte Ist ja Jetzt kannst du mal aufhören Hier so besoffen Don't drink and fly So, wo sind wir denn da Da, Alter Wir haben auch voll die hässlichen Schirre Angeblich sollen die jetzt besser aussehen Aber ich seh davon nix Sieht eher noch beschissen aus Das Gefühl Müssen wir mal sterben Danke So, wo ist denn jetzt der Feind So Hallo, würdest Kannst du dich einfach Entscheiden, ob du stehen bleiben willst Oder nicht Wir haben alle nix drauf Was Was kann ich denn nicht aufnehmen Ja, weil ich wahrscheinlich zu viel Stott hatte Und dann kann ich jetzt wieder nichts mehr Erleck mich Ich bin auch doch ein Frachter, glaube ich Gut, aber sie sind nicht fertig Am nächsten Weg Punkt warten weitere Feinde Willst du mich verarschen Hier muss irgendwo die Hood liegen Oder Moment, nee Der Hood Oder spinnender Hood Okay Drücken wir einfach mal alle Tasten durch Es wird schon irgendwann das rauskommen Was wir suchen Ist erstaunlich Wie Platz Luft wegnimmt Ja, ist auch eine Möglichkeit zu bremsen Bitten wir eine Rakete in die Fresse Die bremst gut So, hallo Hallo Nein, nein Ich bin hinter dir Also ich sehe da Hab ich da eben Waffenplattformen? Nee, das waren keine Das waren hoffentlich wirklich keine Waffenplattformen So, tschüss Da ist der Nächste Ich fliege langsam Ich fliege wieder schnell Können die nicht auch langsamer fliegen, wenn ich langsamer fliege? So, dass ich sie besser abschießen kann Ich hasse es, wenn die KI tut, als könnte sie was Nehm doch mal ein Beispiel an Call of Duty Keine KI, keine Herausforderung Jetzt kommen da noch mehr Pfeifen auf Stufe 6 Noch mehr 6 Pfeifen Der Witz wird nie alt Hahaha Ist immer lustig Hahaha Oh Gott Schlagt mich doch endlich mal tot Habt doch endlich abarm Ich muss mich stoppen Bevor ich noch mehr Let's Plays mache So, doch mal gucken, wo man hinschießt Nein Bitte, ich hab ein Maschinengewehr Ich guck doch nicht mehr, wo ich hinschieße Ich schieße einfach in die Menge Irgendwann treffe ich schon, so Und tschüss Es ist deprimierend, dass jetzt Zeug rumliegt, dass ich mich mitnehmen kann Was liegt hier überhaupt rum? Muss ich mal Was zur Hölle? Hat er auch Nachbrenner? Dürfen die auch Nachbrenner zünden? Ich glaub nicht, nee Das wäre unfair dem Spieler gegenüber, wenn die KI gleichen Fähigkeiten hätte Das geht ja gar nicht Jetzt kommt schon her Was ist das hier? Okay, was? Racegate, was? Was? Na ja, dann bringe ich den Ring aus der Regierung später und nicht an Ist das später mal wichtig? Das ist gerade eine interessante Lassen mich fliegen Interessante Frage Ich weiß es gerade gar nicht mehr Kann ich da andocken? Ah, doch Doch, doch, doch Ich glaub hier kommt man Vielleicht Ich weiß es nicht mehr Schön, dass ich von hier aus das Sprungtor sehe Ich hab das Spiel schon eine Weile nicht mehr gespielt So Ich doc jetzt direkt an Vollgas Du sollst da nicht rausgehen Du sollst einfach andocken Du sollst einfach andocken Du verkaufst mir auch das fette Schiff Ja, nein Der leichte Jäger bloß Okay Leichte Jäger Ich bitte dich Wir kaufen so einen Scheiß Tschüss Und tschüss Und Da ist ein Marderschaden im Angebot So Weg mit dem Schrott Haben die irgendwie neue Schilde? Nein Das ist wohl gerne, was? Schrott, Schrott Marderschaden ist scheiße Okay Das ist alles wieder mal scheiße Die Kohle brauche ich noch bis zum nächsten Level 3000 Verkaufen wir es wegen Luft und Wasser Ich brauche hier jetzt noch 2000 Hey Ich hab's irgendwas tolles, neues Pfff Nö Aber Da ich keine Lust mehr habe Jetzt hier noch rumzummen Das Problem ist Ich muss zu beiden mal irgendwie fliegen Sonst zählen die nicht als durchflogen Und Ich will das machen, weil das ist Äh Das muss man machen Sonst kann man das Spiel nicht durchspielen Ja, ja, genau so ist das Ich lüge euch da nicht an Würde ich nie tun Jetzt würde ich auf meine spastischen Abonnenten Eben was andüge Die ich ständig andüge So Fliegen wir an Das sieht überhaupt so aus Oh Die Liste der Leute, die mich nicht mögen Ist lang Aber hey Die sind jetzt wieder neutral Weil ich ein neues Schiff habe Ja Denn das alte Schiff Das hatte ja nur ich Ich verstehe die Logik da nicht so ganz Muss ich ehrlich gesagt sagen Nein, nein, nein Ihr tut gar nichts Nein, nein Ich mag euch nicht Und wenn ich euch nicht mag Oh ja, ja Mitten in die Sonne Dann bin ich Ja, das ist natürlich Stufe 8 Warum Warum haben wir hier den schwierigen Stufe 12 Aufträgen Stufe 6 Und hier haben sie dann plötzlich Stufe 8 Das ist doch völlig ein Hinres Vielleicht stehe ich gleich eine Stufe auf Weil ich die jetzt noch töte Und dabei wahrnehmen Wert von 2000 Credits erobere Wäre durchaus möglich So, die haben technische Probleme Es brennt ganz schön Oh, man fällt mir an Ich muss 10 Zehmer weiter spielen Wolle ich auch länger mal machen Zu wenig Zeit Zu viele Spiele So, komm Komm her Komm her Komm zu Papa Komm zu Komm zu Papa, habe ich gesagt Ah Ich mag es, wenn sie in die Luft fliegen Äh, was fliege ich denn überhaupt an? Gar nichts Ich fliege nichts an Das funktioniert auch, natürlich Wohl das tolle System hier Es gibt Gold Ja, toll Toll, wie ein Gold riskiert Und ich mein Leben Das Leben anderer hingegen Würde ich für Gold schon riskieren Hm Aber ich kann leider keine anderen Leute Hier in dem Spiel einstellen Ne, 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 ne Ah, die wollen nichts von mir Und auch die vielleicht Äh, ich bin gleich weg Ich fliege einfach so in Kreise Und Docke einfach an Haha Der Vorteil von schwarzen Löchern Gegen Besprungtoren Und vielleicht soll ich Worte Ähm Sagen, bevor ich anfange zu trinken Äh, vielleicht soll ich hier ganz schön wieder gehen Äh, was ist das? Lass mich andocken Ah, haha Ihr könnt mich mal Ha, und schon bin ich hier los Muss ich auch noch einmal neu starten Ich kann hier das Menü nicht aufrufen Interessant Ach, ne Ich bekomme langs das Gefühl Die mögen mich hier nicht Was habe ich denen getan? Ich habe ein paar Jahre Leute getötet Aber das ist jetzt kein Argument Ich nehme nicht an Dass diese Aussage jetzt von einem Verbündeten kommt Der mir hilft, ne Schön, dass wir das immer 50 Mal sagen Ja, ich habe ihn gesehen, ey, Alter Ich habe ihn zum 50. Mal gesehen, ey Muss ich sagen Ist voll wichtig So Ja, ich führe die Leute auch Das ist ja gott der Führer Wolltest du einen kleinen Führerschein Rundgang Ach Warst du überhaupt Deinen Führerschein gemacht? Dieser Kampf führt doch zu nichts Ich habe ihn gerade gar nicht gesehen, dass er hier ist Ich bin nicht klein Ich bin groß und fett Komm her Okay, fett bin ich fast nicht mehr Ich habe abgenommen Geht voll gar nicht Ihr geht Geh mir, der abnimmt Das ist ja voll ekelhaft So, flieg mal an hier Dann gehst du da ab nach Nach Leeds geht es dann War ich in Leeds schon? Ich war schon mal in Leeds Dann kann ich direkt nach Eddingburg gehen